Hey Leute, Asano hier und willkommen zu einem neuen Video. Heute gab es Informationen rund um Pokémon Kamesin und Purpur und ich bin mega gehypt. Was es alles Neues gibt, erfahrt ihr jetzt. Also viel Spaß! Wir haben in dem Trailer ja sehr viel gesehen und erfahren unter anderem, dass es zwei Professoren gibt und viele andere Kleinigkeiten. Um da ein bisschen genauer drauf zu gucken, bin ich mal auf die Webseite gegangen und da finden wir ein bisschen mehr Informationen, als an sich in dem Trailer schon ersichtlich war. Wenn ihr den Trailer nochmal sehen wollt und meine Reaction, den habe ich euch oben verlinkt und wir gehen jetzt Schritt für Schritt durch und zwar fangen wir einmal an mit den neuen Logos für die entsprechenden Editionen. Ich finde es schön, dass sie wieder ein Logo übernommen haben. Das ist wie bei Schwert und Schild und ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit meiner Purpur-Edition von dem, was wir bisher gesehen haben. Und das Wichtigste dabei ist erstmal, wir erfahren, dass das Spiel komplett Open World ist und auch auf der offiziellen Twitter-Seite wurde bestätigt, dass wir auch alles komplett frei selber gestalten können, in welcher Reihenfolge wir was machen. Wir sind also nicht gezwungen, in irgendeiner bestimmten Reihenfolge irgendwas zu tun und können komplett selbst entscheiden, wie wir diese Region erkunden, die leider immer noch keinen Namen hat. Aber immerhin haben wir schon mal ein bisschen was mehr zu diesen Spielen gesehen und ich finde es mega, dass man das tatsächlich alleine erkunden kann, ohne dass man unbedingt über Route 1 gehen muss, dann über Route 2. Also das ist schon ein sehr, sehr großer Fortschritt. Und jetzt kommen wir zu dem Feature, was ich im Trailer erst gar nicht so gedeutet habe, weil ich den Text nicht gelesen habe, weil da mein Mikro vorstand. Und zwar ist das der Mehrspieler-Modus. Und das ist ein Feature, da haben viele von uns lange drauf gewartet und es wurde mit Schwert und Schild und Let's Go, wurde ja schon so ein bisschen was in die Richtung getan. Und zwar ist es jetzt tatsächlich möglich, mit bis zu drei weiteren Freunden gemeinsam im Spiel zusammen die Welt zu erkunden. Wie genau dieses Feature aussieht, wie genau die Funktionen sind, ist noch nicht genau klar. Bisher steht hier auf der Webseite leider nur, dass es über das Tauschen und Kämpfen hinausgeht. Im Trailer hat man gesehen, dass man sich wirklich auf der Karte aktiv sieht und miteinander kommunizieren kann und nicht nur irgendwelche kleinen Figuren in der Naturzone sieht. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Feature aussieht und was wir da alles zusammen erkunden können. Und ich bin mega gespannt. Also das wirkt, glaube ich, richtig gut. Und wir haben auch einen kleinen Einblick in das, was vermutlich das Pokémon Center ist. Also die Pokémon Center sind jetzt so ein bisschen aufgebaut wie kleine Tankstellen. Und da scheint auch dann der Markt drin zu sein. Es ist also wieder alles in einem Gebäude. Und die scheinen dann auch an verschiedenen Routen platziert zu sein, damit man entsprechend dann unterwegs seine Pokémon heilen kann. Dann gab es neue Informationen zu den Pokémon. Die gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und zwar die Starter-Pokémon kennen wir schon. Diese haben wir auch schon zu Genüge besprochen. Und zwar gibt es zwei neue Legendäre. Und zwar ist das einmal Choraidon für die Kamesin-Version und Miraiidon für die Purpur-Version. Und wie man schon sieht, die sind beide etwas unterschiedlich. Und da kommen wir auch gleich, wonach es aussieht, auch darauf zu sprechen. Und zwar scheint es so zu sein, dass Kamesin etwas mehr mit der antiken Welt zu tun hat und Purpur etwas mehr mit der futuristischen Welt. Da bin ich drauf gekommen, wegen den Namen der Professoren. Aber dazu kommen wir gleich. Und das sind die beiden Pokémon. Ich habe mir auch die genauen Artikel dazu durchgelesen. Da steht nur, dass die besonders stark sind und dass noch nicht mehr Informationen zu diesen Pokémon vorliegen. Also lohnt es sich da noch nicht, einen genaueren Blick drauf zu werfen. Aber wir haben noch drei weitere Pokémon gezeigt bekommen. Und zwar einmal Pamo. Das ist eine kleine Elektromaus oder ein kleiner Elektrohamster. Auf jeden Fall ist es ein Elektromausartiges Pikachu-Klonen-Pokémon. Und dann haben wir Ferculi gesehen. Das ist so ein kleines Glücksschwein. Und Olini. Das ist tatsächlich eine Olive, was ich mega cool finde und was ja auch echt gut in diese Region passt. Und wir gucken uns die jetzt einzeln mal an und fangen mit Pamo an. Und wie ich schon gesagt habe, Pamo ist ein Elektro-Pokémon und hat den Typ Elektro. Sonst kein Zwei-Typ. Hat die Fähigkeiten Statik und innere Kraft. Und das Besondere an Pamo ist, in seinen Pfotenballen kann es auch Elektrizität speichern. Nicht nur in seinen Wangen wie Pikachu und greift dann entsprechend auch mit Elektrizität aus den Pfoten an. Das zweite Pokémon ist Ferculi. Und zwar Ferculi ist ein Pokémon vom Typ Normal und hat die Fähigkeit Dufthülle und Vollerei. Und Misty wird sich freuen, denn Ferculi strömt einen besonderen Geruch aus, den Käfer-Pokémon abstoßen finden. Also für den Anime das beste Pokémon, was Misty haben kann. Und das Pokémon frisst wohl sehr viel und besteht überwiegend aus Muskeln. Das letzte Pokémon ist Ollini. Und wie der Name schon sagt, ist es ein Oliven-Pokémon. Und es ist vom Typ Pflanze Normal und hat die Fähigkeit Frühwecker. Und Ollini verströmt auch einen Geruch und vielmehr sondert ein Öl ab, was einen bitteren Geschmack hat und auch nicht verzehrt werden darf. Und diese kleine Knospe auf seinem Kopf, die hat auch Öl drin und das sorgt dafür, dass Ollini eine Woche lang ohne Nahrung auskommt. Mal gucken, inwiefern das eine Rolle für die Story spielen wird. Was wir bereits ja im Vorfeld wussten, ist, dass unser Charakter, je nachdem für welche Spielversion wir uns entscheiden, ein anderes Outfit trägt. Es gibt aber auch noch dutzende Möglichkeiten, wie wir im Trailer gesehen haben, unser Aussehen anzupassen. Und wir haben auch etwas zu den Professoren erfahren. Und diesmal sind es zwei Pokémon-Professoren. Und es ist tatsächlich so, die Pokémon-Professoren sind diesmal nicht nach Bäumen benannt. Normalerweise werden Pokémon-Professoren immer nach einem Baum benannt. Und da kommen wir zu dem Punkt, weswegen ich davon ausgehe, dass das irgendwas nicht nur vom Design der Legendären mit Zukunft und Vergangenheit zu tun hat, sondern auch von den Professoren Namen. Und zwar heißt die Dame, die man kriegt als Professoren, wenn man Kamesin wählt, Antiqua, was ja schon den Namen Antike enthält. Und wenn man Purpur nimmt, bekommt man Professor Futurus, was ja eindeutig eine Anspielung auf die Zukunft ist. Und ist das erste Mal, dass es zwei Pokémon-Professoren gibt, dass es je nach Edition einen anderen Pokémon-Professor gibt. Also das könnte vielleicht auch mit so einem ausschlaggebenden Grund sein, sich für eine Edition zu entscheiden. Ob da wirklich noch mehr Unterschiede bestehen, kann man hoffen, kann man auch mit rechnen, weil irgendeinen Sinn muss das mit Vergangenheit und Zukunft haben. Auch das Aussehen des Legis. Aber da müssen wir abwarten, was denn da noch genau kommt. Dann haben wir auch eine Rivalin von uns vorgestellt bekommen, die Nemila. Ja, Nemila, Nemila heißt sie. Ja, jetzt habe ich es, Nemila. Und die liebt Pokémon-Kämpfe über alles, ist eine zuverlässige Ratgeberin. Also das Standardmäßige, was man von einem Rivalen erwarten kann. Und sie scheint auch zumindest irgendwie mit Kamesin und Purpur in Verbindung zu stehen. Und sie hat auch einen Handschuh an, der ein bisschen darauf hoffen lässt, dass es vielleicht doch noch das eine oder andere Feature gibt, wenn man ein bisschen auf ihren rechten Arm guckt. Sieht man, dass es irgendwie an diesem Handschuh irgendetwas befestigt ist. Vielleicht ist das ein kleiner Tipp für das Gimmick, was da kommt. Das sieht man hier auch im Trailer, hat man das auch gesehen. Und ich hoffe, dass es da noch irgendeinen Hinweis gibt. Irgendeinen Gimmick würde es in diesem Spiel ja geben. Ein wichtiger Punkt zum Schluss fehlt noch, und zwar ist es das Releasedatum. Das Spiel erscheint am 18. November. Und das erscheint weltweit wieder zur gleichen Zeit. Wird dann jeweils pro Land um Mitternacht veröffentlicht. Die Download-Version ist im E-Shop auch schon vorbestellbar. Über einen Vorbesteller-Boni ist noch nichts bekannt. Da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Und sofern es neue Infos rund um Pokémon, Kamesin und Purpur gibt, sage ich euch auch Bescheid. Wenn ihr über die Welt der Pokémon auf dem Laufenden bleiben wollt, lasst einfach ein Abo und ein Like da. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Erfolg bei der Jagd. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.